Hallo Leute, da bin ich wieder, Emeril70 am Start. Ich laufe hier durch die Gegend. Und bin irgendwie... Es wird mir ja die ganze Zeit hier dieser Totenkopf angezeigt. Aber versuchen kann man es ja mal, ne? Ich laufe hier einfach fairfält ein, fält aus. Jede Menge Untote. Wir wollen einfach mal gucken. Vielleicht bekomme ich es ja hin. Ich habe keine Ahnung. Weil es ist ja doch sieben Stufen über uns. Und ihr wisst ja, was folgt mir da für ein Schatten? Er ist schon voll ein Verfolger hier. Voll die Hallos! Querfeld ein, Feld aus. Gucken wir mal. Das sind Kigemohan. Gottchen, die sind Level... Level 9. Was jetzt keine Herausforderung ist, wird wahrscheinlich mich dann gleich zu verzweifeln bringen. Ja, mit dem Schwanz darfst du einen nicht treffen, ne? Dann ist man hier nüber. Durch eines Muttergen. Immer vorne auf die Schnauze drauf. So. Ich laufe irgendwie verkehrt. Wir müssen hier rüber. Ich bin ja einfach mal so querfeldeinfeld ausgelaufen. Das ist ja am Arsch der Welt, ne? Das ist ja überhaupt nichts. Gucken wir mal. Ja, auf der Rücktour können wir dann da auf die Hütte gehen. Da haben wir vielleicht einen Schnellreisepunkt. Oder da rüber schwimmen. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Das ist ein Novi Grad, oder? Na gut. Gehen wir mal gucken. Vorher speichern wir. Noch weit genug weg. Für den Notfall. Ist das hier unten? Aha, okay. Das ist ein Ein, wie heißt er denn? Ein dicker, fetter Irgendwas. Ein dicker, fetter Irgendwas. Nein, Geralt. Ein dicker, fetter Golem. Level 19. Ey, wir machen gar keinen Schaden. Hallo? Mit Art könnte man ihn, glaube ich, betäuben, oder? Das war das falsche Zeichen. What the fuck? Was ist denn hier los? Äh, Ben? Art. Ja. Ey, wir kriegen ganz schön auf die Mütze. Donner. Okay. Schwere Schläge. Komm mal nicht drum herum. Schwere Schläge. Eins. Zwei. Drei. Und abhauen. Und abhauen. Uah. Und nochmal. Eins. Zwei. Drei. Und abhauen, Geralt. Uah. Ich glaube, jetzt ist er sauer. Eins. Zwei. Drei. Und weg. Au. Das hat weh getan. Clown. Nein. Weg, Geralt. Uff. Uah. Ja, das war... Ein dickes, fettes Ding hier. Verdammt nochmal. Das aufheben hier. Hm. Da haben wir es doch schon. Überlegenes Katzenschwert. Okay. Hat der kein Loot hier für uns? Komm mal hier. Das ist ja ärgerlich. Mann. Da kämpfe ich mir hier den Arsch ab. Und dann hat der nichts zum Plündern? Das ist nicht nett, oder? Was sagt ihr dazu? Na gut. Dann gehen wir raus. Für Level 29 haben wir ja mal einen Teil gefunden. Verbesserung des Silberschwertes brauchen wir jetzt als nächstes. Okay. Gucken wir mal. Das müsste dann in Hobigrad sein. Aber vorher, habe ich ja gesagt, laufen wir noch darüber zu dem Dorf. Vielleicht gibt es einen Schnellreisepunkt. Würde ich mal sagen. Dieses Dörfchen war doch... Ach, da hätte es auch einen Schnellreisepunkt gegeben. Ach komm, wir laufen jetzt aber mal schnell hier rüber. Wenn wir hier schon sind, oder? Dann wollen wir den Honor entdecken. Weil wenn die Höhle einen Schnellreisepunkt hat, dann hat das Dorf auch einen Schnellreisepunkt. Aber sonst, wer weiß, wann wir hier wieder in die Region kommen. Da hinten ist es doch schon. Greif, ich habe jetzt wirklich kein Ding für dich. Da drüben ist so ein Monsterauftragsding wieder. Da bist du bestimmt dabei. So. Na, das ist doch mal ein schönes Feld, ne? So. Bäuerin. Wachhund. Da sind wir schon. Gut. Gucken wir doch mal hier an die Anschlagtafel. Der Feind schläft nie. Nehmen wir mal. Nehmen wir alles mit. Ups. Bienenfantomen. Okay. Aber die haben hier keinen Händler. Die haben hier gar nichts irgendwie, oder? In dem Dorf. Na gut. Zumindest haben wir es entdeckt. Na, da wäre ein Händler. Okay. Yantra. So. Monsterlager. Was haben wir denn da in der Nähe? Gar nichts. Ah, ich bin da schon mal vorbeigerannt. Na gut. Gehen wir da hin. Und werden sehen, ich war über das wahre Nekophagen, die mich da abgenervt haben. Diese kleinen, garstigen Biester. Hier. Ah. Die Redania. Hier und Heimatland. Wurscht. Lass mich durch. Du kannst passieren. Na, möchte ja wohl auch sein, oder? Ja, ich bin gespannt, wie das noch mit Radovid weitergeht. Die haben ja da geplant, den eigentlich ähm zu töten. Aber da ist ja irgendwie nichts weiter rausgekommen, oder? Der Quest war doch dann beendet. Ob da noch was kommt, das würde mich interessieren. da bin ich schon neugierig. Ob wir da noch was haben. So, gucken wir mal. Ja, ja, das war ein Neckar. Level 18. Hab ich euch überrascht? Hörst du auf, mich zu hauen? Das ist nicht nett. Genes Rutter gehen ist gut. Äh. Was ist denn hier los? Ei, 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 ei. Boah, wie viel sind wir da drin? Wollt ihr mich verarschen? Da könnt ihr ja gerne Level 18 sein. Aber, hey, wenn da was weiß ich, wie hundert Stück von euch drin sind. Ei, ei, ei. Was für eine Action. Diese kleinen Mistviecher. In Horten sind ja die abhartig. Na gut, weiter im Text. Na, da darf ich mir doch. Ja, jetzt ist aber genug. So. Schaut euch mal das an. Hunderttausend von diesen drastigen kleinen Biestern. Ich meine, es ist ja schön, wenn die so einen Schatz bewachen, ne? Aber trotzdem. Sind die lästig. So, guck mal mal. Ist da noch mehr von euch? Oh, ich höre irgendwas Großes. Ei, 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 ei. Tollwütiger Fels-Troll. Wollt ihr mich verkack-eiern? Okay, das bringt ja gar nichts. Geh rein. Geh rein. Entschuldigung. Oh Mann. Gib mir die Kiste. Was für eine Action. Das war aber noch nicht die richtige Kiste, oder? Hab ich mich jetzt erschrocken. Heilige Scheiße. Kleinen Mistgeburten da. Ups. Haben wir den Troll jetzt gekillt? Also ich hoffe doch. Ja, hier. Wir haben noch nicht gefunden, weswegen wir hier sind. Ähm, hm. Gut. Aber jetzt. Teil 3, okay. Was haben wir jetzt noch? Fehlt noch eins. Wahnsinn. In diesen Horden. Die Höhle ist abgeschlossen, okay. Okay. Puh. Hi, du Witzker. Okay, ein halber Herzinfarkt. Wo ist denn das letzte Teil? So. Da unten. Ach. Wo sind wir jetzt? Okay, dann reisen wir noch mal zu dem Grenzposten für eine Schnellreise. Und wir werden schauen, ob wir das letzte Teil dann noch bekommen. Dann könnten wir uns noch mal eine richtig schöne Rüstung machen lassen. Und das noch mal ein bisschen aufleveln. Wie gesagt, ich möchte eigentlich bei dir bleiben. Ich will da jetzt nicht umschwenken auf. Ja, bei dem scheiß Wetter sieht man da keine drei Meter weit, oder? Das ist doch Blödsinn. Ja, ich will da nicht umschwenken. Von Lindenthal hieß das, oder? Von Lindenthal, habe ich gesagt. Lauf mal rüber. Aber wir könnten auch von hier rüber laufen, oder? So querfeldeinfeld aus. Ja, laufen wir halt von dieser Grotte. Und schauen, was uns dort erwartet. Also für Level 29, oder? Ich meine, gut. Die Horden. Ich höre was. Irgendwas habe ich jetzt gehört. Nur mal so zur Information. Okay. Wir sind ja wieder in diesem Parmaledeitenwald, ne? Ah, hier sind wir doch schon mal vor diesem Waldspart weggelaufen, oder? War das offline ohne euch? Da habe ich ja Fersengeld gegeben, Mann. Da habe ich die Füße in die Hand genommen. Halt. Gibt mir da, Mutter, gehen. Ich empfinde es als störend, durch einen Wald zu laufen, wo ich nichts sehe. Das missfällt mir. Nur um das mal auszudrücken. Dafür, dass es 8.40 Uhr an frühen Morgen ist, finde ich das nicht schön. Aber es nutzt nichts. Wir wollen die Rüstung haben. Da müssen wir durch. Da hilft das Jammern nichts. Oh nee, was ist denn jetzt schon wieder? Was bist du denn? Konstruktöl, oder? Brauchen wir da. Das ist doch ein Konstrukt. Dann hauen wir uns hier dieses Konstruktöl drauf. Hybriden, Nekophagen. Gifte erhängten, Vampir, Relikt. Geisteröl. Wollt ihr mir jetzt sagen? Ah doch, hier. Ist unser Schwert ganz oder kaputt? Kaputt. Dann machen wir das hier nochmal. So. Gut. Okay. Ich würde sagen, wir stürzen uns. Der sieht sehr, sehr wütend aus, oder? Aber ich würde sagen, wir machen das beim nächsten Mal. Und sage bis gleich. Eure Emeril 70. Ciao, ciao.